Hallo, guten Abend. Hallo, guten Abend. Frau Bundestagsabgeordnete Kühnast. Der Bundestagsvizepräsident Oppermann. Seine Exzellenz, der Minister für Bildung, Herr Long. Seine Exzellenz, der Apostolische Nunzius, der Erdkischof Goklaterowitsch. Der Staatssekretär Dr. Nussbaum und Frau Nussbaum. Herr Dr. Herrenknecht und Frau Suarez-Herrenknecht. Herr Professor Nagel und Frau Nagel. Frau Valerianz, die in Latin, Herr Valerianz, die in Thai. Hallo, guten Abend. Willst du wiedersehen? Hallo, Willst du wiedersehen? Herr Amn. Herr Chong. Herr Dr. Sperl und Frau Sperl. Herr Dr. Sperl. Herr Professor Hacker und Frau Dr. Hacker. Herr Dr. Rundberg. Herr Dr. Gröhe. Herr Dr. Erl, Gitarren. Herr Dr. Herr Kollegen. Herr Dr. Herr Dr. Apostol etcetera. Vielen Dank. 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 Herr Professor Herrmann. Vielen Dank. Vielen Dank. Herr Dr. Herr Steiner. Vielen Dank. Vielen Dank. Herr Dr. 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 Dr.